So Leute, ich bin gerade auf dem Weg zurück nach Hause und gerade wurde mir mitgeteilt, dass jetzt bei einem Wagen, also wir sitzen gerade im Veteranum, Richtung Hannover Hauptbahnhof, dass jetzt bei einem Wagen die WCs tot sind. Also ehrlich, schreibt gerne in die Kommentare, was sagt ihr dazu? So, ladies and gentlemen, we are driving home because we're entering now or ending zone because we're was in Ölzen and in Lüneburg and it was fun. And now the important thing is that all the WCs of this train is dead and this is very, was sagt man, schlimm. Yeah, it's very cheater and yeah. Comment below, what do you think? And bye bye, have a good day, but I'm not having a good day because Metronome has ruined my day. Bye bye.